Schuhe geschnürt und auf zum 25. Intersport Citylauf Cottbus am 30. April ab 13 Uhr im Pushkin Park. Mit der Firmencup-Staffel, dem Sparkassen-Laufcup, dem Niederlausitz-Cup, dem Bambini-Lauf und Schülerlaufen für Toleranz und gegen Gewalt. Der Intersport Citylauf mit großer Testaktion von Essex Laufschuhen. Präsentiert von Intersport Cottbus in der Sprigalerie und im Blechenkarree und weiteren Partnern der Region. Infos unter lc-cottbus.de